Leessense, die Inspiration der Natur. Angst vor der leeren Seite? Dann nichts wie hinaus in den Wald, fern der Stadt. Bäume zu umarmen und neue Energien in einer Oase der natürlichen und architektonischen Schönheit finden. Das ist die neue Kollektion der Essenze von La Faenza Ceramica mit Imitationen von Hölzern, die äußerst selten Fußböden schmücken. Von Eichenholz bis Walnuss, von Morado über Ulme bis zum Wenge. Materialien, die Wohlbefinden, Ruhe und neue Eingebungen schenken. Ganz wie beim Schreiben eines neuen Buches, bei dem der Schriftsteller im Holz die Harmonie und die Inspiration für seine nächste Geschichte findet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017